Ich denke, dass es für sie sehr wichtig war, jetzt auch ein Stück weit die Kurve zu kriegen, weil es einfach einer dieser Top-Klubs in Österreich ist, der im Moment Österreich auch nach außen vertritt. Deshalb denke ich es auch für den österreichischen Fußball sehr wichtig, dass sie wieder auf die Beine kommen. Uns wird es am Sonntag ziemlich egal sein, was sie vorhaben, was sie machen möchten. Wir werden unser Ding durchziehen. Wir werden versuchen, den Dreier zu machen. Mit einem Punkt gehen wir rein, den wollen wir auf jeden Fall verteidigen und wenn es am Ende ein Sieg wird, dann sind wir in der Tabelle zwei Punkte hinter ihnen. Ich denke, für uns ist es eine riesige Chance. Für sie ist ein Stück weit Druck, hier fast gewinnen zu müssen, um auch in der Tabelle weitere Schritte zu machen und deshalb denke ich, ist es jetzt kein Nachteil, dass sie zweimal gewonnen haben. Bis zum nächsten Mal.